Nächste Woche Dienstag um 20 Uhr ist es soweit. Ich bin nach Martin Cornell, der nächste Gast bei Alp Giese in Celle. Das heißt, ich spiele ein Online-Konzert. Mehrere Camps, geiler Sound, meine Stimme, meine Musik und ich freue mich auf euch. Teilt gerne diesen Beitrag, damit das möglichst viele Leute auch mitbekommen.